Oh, der Baum ist aber schön, der ist schön grün. Ey. Warte mal. Ey, das kam doch von dir irgendwo. Uh, er läuft aber wieder vorbei. Freunde, falls ihr noch keinen Unterstützer einen Creator eingegeben habt, könnt ihr mich hier gerne eingeben. Unten rechts draufklicken, A, N, D, E, Y, T, Freunde, eingeben, auf Annehmen klicken. Ich bedanke mich, kuss geht raus. Und Freunde, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, keine Sorge, ihr werdet es nicht bereuen. Lasst gerne ein Abo da, Freunde. Wir sind gerade auf dem Weg zu den 40.000 Abonnenten. Das kann ich nur mit eurer Hilfe erreichen. Klickt hier auf Abonnieren. Und wenn ihr ganz krass sein wollt, Freunde, aktiviert hier noch die Glocke dazu. Und viel Spaß mit dem Video. Let's go. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Propan, Freunde, in einer Kleinstadt, ja. Es ist eine sehr, sehr komplizierte, verwinkelte Map. Deswegen, ich hoffe, das ist diesmal nicht zu einfach. Weil letztes Mal Digging uns innerhalb von einer Minute gefunden. Das war todeslangweilig. Und mit dabei ist Doiko. Yo, was geht die Schlingel? Was geht die Schlingel? Und Marvin, yo. Was geht ab? Was geht ab? Okay, Freunde. Ich würde sagen, Stoiko. Yo. Du suchst jetzt als erstes und wir beide verstecken uns. Marvin, yo und ich verstecken uns. Und Stoiko muss jetzt ein bisschen in seiner Bude hocken, bis wir uns versteckt haben. Let's go. Ja, ich trink einen Tee, alles gut. Trink mal einen Tee, mach mal in Ruhe. Mach zwei genug. Hast du auch nur fünf Minuten Zeit, uns zu finden. Das wird sehr, sehr schwer für dich. Oha, das ist gerade mal meine zweite Runde Propan, sozusagen. Ja, stimmt, stimmt. Aber egal. Du hast ja noch eine Runde bei mir gespielt. Und das war's. Okay, also ich bin versteckt. Wie sieht's bei dir aus, Marvin? Okay, Freunde. Stoiko kann suchen. Er hat fünf Minuten und dreißig Zeit, um uns zu finden. Let's go. Boah. Auf geht's, okay. Die Map ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Sie ist eher so viel einfach. Ja, da ist viel drauf, ne? Ja. Das heißt, ich muss wieder auf das Geräusch immer hören, ne? Nee, muss nicht. Kannst du? Musst du nicht? Dann wäre besser, ne? Wie du möchtest. Kannst du auch Musiker machen. Ähm, ja, auf volle Lautstärke ziehen, oder? Oh, lass ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Besser. Stoiko hier haben... Du hast auch nicht unendliche Munition, glaub ich, ne? Nee. Deswegen... Freunde, die Map ist eigentlich so aufgebaut, dass man 15, ähm, Coins hier überall rumliegen hat. Oh. Wenn man die aufgesammelt hat, dann kann man... Dann kann man danach, ähm... Hat man danach gewonnen, sozusagen. Aber wir machen das ohne, wir machen nur suchen. Wiegebe, ne, ja, so. Stoiko hier, der... Kurz ruhig. Aha. Aha. Wartet mal. Wartet mal. Also irgendwo ein Matic. Ich seh dich, ich seh dich. Ich seh dich auch. Ey, sag mir nicht, ihr seid... Du schießt hier rum, wie so ein... Bekloppter. Seid ihr ein Dino? Nee. Vielleicht, weiß nicht. Kein Dino. Okay. Stoiko rastet aus mit seiner Spitzhacke. Ja, ich werd so biskupat, Digga. Gib dir einen Tipp. Ich seh einen Laden. Was, was, als du siehst, was, du siehst einen Laden? Einen Laden, ja. Super Tipp. Gib den Tipp, ich seh den Himmel. Ist das ein Edeka oder ist das ein Aldi? Ähm, Rewe. Ah ja. Hm. Ich seh ihn, ich bin nicht im Laden. Wird's warm langsam. Boah. Wartet mal kurz, das war jetzt grad voll laut. Es ist noch Kühlschrank so, weißt du? Nee, nee, du bist eher in der Nähe von mir, Stoiko. Ah, okay. Nee, ich seh den Fall. Hab ich dich wahrscheinlich gehört? Nein, hast du nicht. Warte mal. Hey, du musst hier irgendwo sein. Muss ich? Gib dir einen Tipp, er ist ein Gegenstand. Ach was, Marvin, danke. Oh, der Baum ist aber schön, der ist schön grün. Ey, das kam doch von dir irgendwo. Oh, er läuft aber wieder vorbei. Stoiko. Stoiko. Ja. Hilft die Musik? Hä? Ich schick das nicht. Digga, hör auf deine Ohren, hör auf deine Ohren. Ey, ich dreh mal Headset jetzt voll laut. Okay, mach ganz laut. Nee, ohne Witz, lass auch nix sagen. Also er soll richtig hinhören. Okay, jetzt drei, zwei. Eins. Das muss von hier irgendwo kommen. Wer weiß? Ah, die Hälfte ist nur rum, ne? Stoiko, Digga, was ist da los? Du hast dich mal eingebunden. Hast du Headset vielleicht falsch rum auf? So wie Kidnaff einmal und er hat uns so hart geflamet, dass wir ihm falsche Tipps geben, weil er das in der falschen Richtung gehört hat. Ey, ich schick gar nix. Ich sag, ich geb dir einen Tipp, okay? Ja, ja. Ich bin im Wasser. Oh. Also war ich die ganze Zeit schon hier irgendwo? Ja. Oh. Wart mal kurz, ich muss jetzt so machen, oder? Nein! Alter. Digga, ich stand die ganze Zeit auf dir sogar. Ey, ich hab nur noch zwei Minuten, ne? Ja, okay. Ähm, ich sehe einen Autorechner bei mir. Du bist schon recht nah. Du bist schon recht nah. Also ich weiß auch nicht, wo der ist, deswegen guck ich mal mit. Oh, ich hab den Ping aber gehört. Irgendwo da hinten, ne? Oh, warte mal. Ja? Nee, da bist du falsch. Warte, warte. Ping kommt, Ping kommt. Hier irgendwo. Irgendwo hier drinne. Oh. Alter. Das war anders. Ich sehe dich. Ja! Krass, Digga. Wie hast du ihn denn da gefunden? So, Freunde. Nach 35 Versuchen haben wir es geschafft, dass ich jetzt suche. Alleine. Ja. Alleine. Nicht zu zweit. Und. Stoico und Marvin verstecken sich ganz easy peasy. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, Freunde. Das sollte klappen. Und dann würde ich sagen, finde ich sie ganz schnell. Easy peasy. Oh. Geht schon auf. Okay, ich warte aber noch ein bisschen, oder? Ihr seid noch nicht versteckt, oder? Noch ein bisschen, wäre cool, ja. Wäre auch bereit. Bist du bereit? Moment. Machen wir ihn auch bereit? Ja. Okay, dann versuche ich euch jetzt zu finden. Okay, Freunde. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Map findet. Ich finde die voll geil, weil Propant ist ein bisschen einfach wegen diesen Tönen. Aber diese Map ist so vollgepackt mit Sachen, dass es gar nicht mehr so einfach ist. Ähm. Weil die meisten Propant Maps sind einfach nur hingeklatscht und die ist voll geil eigentlich. Hier sind ein paar Äpfel. Hä? Hören wir mal den Ping? Nichts, okay. Krass. Hä? Es gibt Camping. Ich bin genau in der Mitte. Ey, sagt nicht, ihr habt euch so versteckt ohne Propant. Ich bin nicht Kit, Mave. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Was? Hat er sich einmal so versteckt, oder was? Ja, ja. Übertrieben. Okay, Freunde, hier haben wir was gehört. Hier irgendwo in der Nähe ist jemand. Oh. Ähm. Hallo, ich bin hier. Marvin ist gefunden. Okay, Marvin, ich würde sagen, weil dein Versteck so scheiße war, versteckst du dich einfach nochmal. Nicht so in der Zeit, Steph. So, aber seinen Ping haben wir hier auch gehört, oder war das gerade noch Marvin? Ja, doch, das war meiner. Ja? Okay, okay, okay. Er ist hier in der Nähe auf jeden Fall, aber noch ein bisschen weiter weg. Hm. Ah, nein, nein. Äh. Äh, was, was war das bitte denn für Versteck, Freunde? Was war das für ein Versteck? Hä? Digga, ich dachte, du checkst das nicht mit dem Auto. Okay, Freunde. Dritte Runde, weil die zweite war ein bisschen zu schnell, weil, äh, die haben sich genau nebeneinander versteckt. Und deswegen würde ich sagen, Marvin sucht jetzt auch nochmal, dann hat jeder von uns gesucht. Und, äh, Stoico, kleiner Tipp, versteck dich nicht genau neben mir. Alles klar. Okay, Freunde, so. Wir machen jetzt mal ein richtig ekliges Versteck, so ein richtig ekliges. So, warte mal. Marvin, noch nicht, komm, ich bin noch nicht versteckt. Hm? Sagt dir Bescheid. Okay, Freunde. Digga, wie eklig ist das? Okay, wir sind hier versteckt. Stoico, wie sieht's bei dir aus? Ich wär auch versteckt, ich glaub, diesmal ist es besser. Sehr gut. Okay, Marvin, du kannst anfangen zu suchen. Ich komme. Ich wünsch dir viel Spaß. Ich bin wirklich super eklig versteckt. Ich wär kein Ping. Noch schlimmer wie vorher, Freunde. Oh. Als vorher. Wie und als macht mich immer fertig. Genau wie die und das Level. Wie der als vorher. Ja. So, warte mal. Gehst du nicht lang? Ja. Und Stefan, ich bin noch ein bisschen wieder in der Nähe, aber nicht. Laber nicht. Oh. Ja, aber das geht noch. Das ist auf jeden Fall noch. Okay. Auf jeden Fall noch am Start. Oh, wer war richtig auf? Okay, vor mir irgendwo. Vor, vor ihm? Vielleicht irgendwo unter. Irgendwo unter, irgendwo drinnen oder so. Ja, drin könnte schon sein, ne? Wer weiß. Vielleicht bin ich auch in Luft gelaufen. Ey. Ganz close. Bist du hier so ne scheiß Dings hier? Das Ding ist, unsere Pings sind richtig... Oh mein Gott. Nein. 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 Stolko hat so Pech, Freunde. Ey, das gibt's doch nicht. Da stehen sieben Flaschen rum, weißt du? Ja. Und die erste, wenn ich anschließt, wäre es das Stolko. Digga, das gibt's nicht. Okay, Freunde. Stolko wurde gefunden, er hat wirklich Pech. Das Versteck war wirklich gar nicht so schlecht. Er schießt ihn einfach ran und er stirbt. So. Wo bist du? Ich bin der Zaun. Ich bin... Okay. Ich bin unter der Erde. Ich bin ein Regenwurm. Ach, meinst du da oben auf dem Stern, ne? Ja, genau, der Stern. Ah, der war's nicht. Der Polarstern. Einer von den Sternen bin ich. Okay, warte. Dauert ein bisschen, bis er alle angeschossen ist. Stolko? Ja, was denn? Bist du noch am Leben? Ja. Äh, ja. Okay. Ja, Marvin. Was bin ich? Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Wieso bin ich? Weshalb bin ich? Ich bin irgendwo im Haus oder so. Ich geb den Tipp, ich bin kein Luftballon. Kein Luftballon? Ne. Okay. Das schmarrn. Und ich bin... Ich bin... Ich kann den Himmel sehen. Ich bin nicht im Haus. Nicht im Haus? Ne. Oh, die Zeit rennt. Du hast nur noch zwei Minuten Zeit. Beeil dich! Beeil dich! Du bist dann der Einzige, der verloren hat. Denk dran. Wir haben beide, beide gefunden. Nur du bist dann der Einzige, der verloren hat. Beide, beide. Und das wird für immer auf YouTube sein, dass Marvin verloren hat. Nein. Jetzt zweigen. Ich seh dich auf jeden Fall. Du siehst mich? Ja. Du bist draußen, hast du gesagt. Du bist nicht im Gebäude. Ich bin draußen. Ich bin nicht im Gebäude. Und ich bin kein Luftballon. Äh? Du musst den Ping hören. Den Ping. Ja, der Ping ist irgendwo hier. Aber ich weiß nicht wo. Irgendwo hier drinnen. Auf dem Baum. Ich seh auf dem Baum irgendwo. Ne, ich heiße nicht D-King. Das stimmt. Ich verstecke mich nicht auf Bäumen. D-King versteckt sich auf Bäumen. Siehst du so ein Auto? So ein blaues. Ja, bin ich. Schieß mal gegen. Ob du es siehst, nicht bist. Achso, aber da habe ich deine Frage auch beantwortet mit, glaube ich. Also ja, dann bist du halt irgendwo hier so drin, ne? Okay, ich gebe dir noch einen Tipp. Ja? Yeah, ich bin im Müllsack. Ey, ich bin festgepackt. Ich komme nicht raus. Tja, Steuco. Ich seh dich. Alter, ich komme nicht raus. Bleib da drin, Steuco. Okay, ich gebe dir doch keinen Tipp, weil egal was ich sagen würde. Ah, du bist irgendwo hier safe. Okay, ich gebe dir einen krassen Tipp, weil du hast noch eine Minute Zeit. Ich kann mal essen. Kann mal essen? Ja, der hat den Müllsack hier. Ja, der hat den Müllsack, genau. Hä? Irgendwo hier drin. Ich kann mal essen, sagst du. Ja. Oh. Okay, aber der Tipp war auch krass. Ich wollte nicht, dass du peinlich gestellt wirst bei YouTube, dass du der Einzige bist, der nicht gefunden hat. Ja. Deswegen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt die Jungs in der Beschreibung ab. Gebt meinen Creator-Code ein. Aktiviert die Glocke. Macht alles, Freunde. Support ist kein Mord. Ihr habt davon keinen Nachteil. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao. Ciao.